Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Craftopia im Singleplayer Modus. Wir erstellen uns erst mal ganz schnell einen Charakter. Ne der wird es nicht. Und nein der auch nicht. Ich bleib bei dem. Augen wie immer rot. Augenbraun. Die lassen wir schwarz. Haare werden erstmal schwarz gemacht. So. Ne. Ne. Um Himmels Willen. Die Haare erinnern mich irgendwie an was. Ich glaube an Natsu von Fairytale wenn mich nicht alles täuscht. Die hat auch so eine Strubelfrisur. So. Haare wir nehmen die. Äh. Ok. Das kommt alles noch. Wir sind ein Mann. Und ein Mensch. Ja. Great. Name. Natürlich Ike. Unterstrich LP. Great. Ähm. Ok. Das war bestimmt ein bisschen laut. Aber was soll's. So. Lade, lade, lade. Ich. Ok. Ähm. Ich bin ehrlich. Ich hab schon mal das Spiel gespielt. Und ich bin halt so gehypt drauf. Deswegen hab ich mir gedacht. Ich nehme das jetzt auf jeden Fall auf. Und. Ja. Und. Ja. Ähm. Und. 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 Ich habe es halt schon einmal gespielt, mit Olaf zusammen, ich werde es mit Olaf auch weiterspielen, allerdings werde ich das nicht aufnehmen, da haben wir einfach nur unseren Spaß dabei und hier im Singleplayer werde ich jetzt natürlich alles aufnehmen für euch, deswegen können wir hier erstmal alle die Lieden, eine neue Welt, enjoy, you play the game with easy and without frustrations, nein, normal, wir bleiben auf normal, wie nennen wir unsere Welt, jeder der Valheim kennt, weiß Bescheid, zehnte Welt Yggdrasil, hallo? Okay, das geht nicht, dann nennen wir sie einfach Yggdrasil und create a new world, ich werde auch gleich die Musik eventuell noch ein bisschen leiser schrauben, wobei OBS sagt mir, dass es eigentlich noch im Rahmen ist, und ja, mit Olaf habe ich gespielt, ja, wir hatten die normale Anfangsinsel und eine weitere Insel aufgedeckt, mehr hatten wir noch nicht und ich habe auch nicht alles gemacht, weil ich mir die Arbeit mit Olaf geteilt habe und im Singleplayer kann ich halt, ähm, alles komplett alleine machen, haha, Entschuldigung, das musste sein, ähm, na los, wir lunzen erstmal hier rein, okay, ähm, was steht oben rechts, check the mission screen, äh, das war falsch, mission, okay, skill haben wir einen Punkt, skillen wir doch sofort, picture book, inventar, wir haben drei Steine, äh, recite, reward, complete all missions, bla bla bla, climb a wall, punch tree, punch rock, ähm, hallo, okay, der will nicht, zwei, drei, vier, fünf, und ein Baum, eins, zwei, drei, vier, fünf, ähm, craften, ja, das als erstes, so, das liegt auf der zwei, okay, instant, zwei Level ab, läuft, ähm, ich brauche auf jeden Fall noch Holz, ja, das auch, reicht das schon für eine Axt, es reicht tatsächlich für eine Axt, jeder, der es kennt, weiß, unten die Hotbar ist wie bei Minecraft aufgebaut bei mir, das ist bei mir aber Standard, und vor kurzem kam hier auch ein großes Update raus, deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme das jetzt einfach mal auf, und, ja, ähm, zweimal noch, komm, eins, zwei, ach komm, wir kloppen den gleich komplett runter, ja, Nice, und wieder ein Level ab, ähm, Skills, zwei weitere Skills, ähm, einmal das da, und, das da, ähm, 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 okay, ähm, äh, äh, machen wir dann, make a Stonework Bench, da, äh, äh, wir bleiben direkt hier vorne am Pier, und machen den Stein hier erstmal weg, make a Glider on the Stonework Bench, hammer, äh, da ist er, climb a roll, reward complete, ach, genau, hier, gibt zwei XP, das haben wir auch, gibt drei Stein, schön, äh, make a Wooden Stick on a Wooden, Wooden Stick, da, das haben wir auch erledigt, äh, wir haben unten wieder ein Skillpoint, äh, do you, do you jump slash, ach so, okay, fliege mit dem Gleiter, hammer, ähm, Fleisch, Au, help here, okay, Level 5, innerhalb der ersten 10 Minuten, ähm, wir haben weiteres, weiteres Skillpoint, Jetzt einmal Two-Handed und einmal für zwei Schwerter. Repair a wooden axe. Haben wir doch da unten. So, nächste Quest. Learn about dangerous. Esse rohes Fleisch. Craft ein Campfeuer. Kann ich das schon machen? Ja. Die sechs. Zerstöre 20. Nee. Ernte 20. Irgendwas und Büschen zerstören. Das krieg ich mal doch hin. So, haben wir es schon. Campfeuer hochfliegen. Hui. Äh. Hallo? Jetzt. Craft, Markt und Workbench. Äh. Das der Markt. Soweit weiß ich das alles noch. Die sechs. Make 100 G from seeding on the market. Also ich muss 100 Gold verdienen. Und 30 Kupfer ernten. Ähm. Da hinten. Da hinten. Ähm. Vier Stück noch. Okay. 6 wir haben wieder aufgaben erledigt und haben ein skill point jetzt gehen wir aber mal hier runter wenn bla bla points ist live hier jetzt noch irgendwas ich sage ich und mein englisch ich werde mit englisch kein freund mehr so einmal das essen was soll ich jetzt machen kraft der altar ein altar ähm ähm da kraft ist stone furnace climb a wall das machen wir jetzt da oben ist eine kiste die würde ich mir gerne holen so das haben auch completed und ich kriege einen stock voll den geilen stock habe ich bekommen so das und das hammer und es gab skill points das da ein hammer noch gehe ich auf double jump oder feather fall double jump so äh schmelze 20 hui hui der gleiter erinnert mich übelartig an ford night das hat auch mein sohn das einemal gesagt als er das spiel gesehen hat und ja, es stimmt aber halt wirklich in dem Spiel sind viele Spielelemente enthalten von Minecraft, von Fortnite von Super Mario, von äh äh, hier, wie ist das mit diesen, äh, Disney-Figuren dieses Spiel, irgendwas mit Kingdoms weil das sieht man schon hier an den Schwertern ähm, was ist noch enthalten oh, Pokémon ist enthalten ähm, erkennt man hier noch irgendwas äh, dadadadadadada so, ah ja, jetzt fällt mir gerade auf die Stelle nichts ein, was noch enthalten sein könnte, also und das Spiel steht erstmal erstmal am Anfang ähm, wie soll ich sagen, es sei einer Entwicklung und es bockt einfach es macht Spaß und ich kann diese Welt die ich jetzt hier im Singleplayer spiele auch jederzeit online schalten im Multiplayer und ja dann kann man sogar zusammenspielen wenn ihr natürlich Lust habt und das Spiel besitzt ähm Steinfirnis ähm das da Hammer ne Blacksmith auch noch aber ich kenn mich ich brauch Holz ich möchte nämlich gern zwei haben mindestens ich möchte gern zwei Firniss haben jetzt in den ersten Folgen werde ich definitiv das äh Holz, Stein und Erzefarben noch aufnehmen aber ab einer gewissen Folgenanzahl werde ich das nicht mehr aufnehmen das werde ich dann offscreen machen weil das ist langweilig das will keiner sehen und das ist auch verständlich und ich darf auch jetzt grad eben nicht so laut sein sonst beschwärze ich mein Nachbar demnächst wieder über mich dass ich um drei Viertel zwölf in der Nacht so laut mache also für dies die es nicht wissen was drei Viertel zwölf bedeutet 23 Uhr 45 in der Nacht äh äh so schmelze Kupfererz haben wir auch komplett use blacksmith to craft a wooden arrow äh ne wir machen erstmal nur einen wir haben nicht so viel Holz ähm Kopperbogen und Kopperschild reicht das schon aus für den Kupferbogen auf jeden Fall ähm craft äh craft old drag das kann man eben bei noch mitmachen ähm wo haben wir es wo haben wir es wo haben wir es da haben wir es maximum 16 Stück passt perfekt äh ähm Kupferschild das brauchen wir dann auch später wieder deswegen wird das hier runtergeschmissen ähm das da hin der Stock kann eigentlich auch hier runter ähm denn wir gehen gleich auf eine Kupferpicke um Eisen zu farmen wenn das hier fertig ist crafte einen Heater 100G soll ich machen das sind 450 ähm ja so das Hammer und ditte Hammer auch ähm ich brauche Holz zum Glück habe ich die Axt noch nicht verkauft das ist kein Holz da ist ein Baum aber hier kommt auch Holz raus oh ja nice bam bam und das Holz fliegt durch die Gegend nice äh äh Baum äh oh Level up wir haben wieder ein Level up hier Kupfer äh das raus das da runter das da hin und da hin äh wir kommen immer noch nicht auf das Gate was wir wollen äh das kann hier unten erst mal raus äh äh red herb craft a barret on Heater craft Heater on Workbench Heater äh äh die Nummer 5 da ich brauche Eisen, Leder, Schafswolle äh hier brauche ich auch Leder ach du Heimatland wie komme ich jetzt an Leder welche macht mehr Damage 80 40 dann bleibt man mal bei der Picke wir müssen sowieso Eisen fahren und da können wir gucken was sich in der Kiste befindet äh Red Top Boah Heinz Maul du Huhn ähm ähm okay he 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 geben König auch Leder äh bleib hier anscheinend nicht oh Gott wo habe ich noch mal Leder herbekommen nicht von hier ähm scheiße okay Pilze sammeln level up hier haben wir Eisen ne und hier oben ist Eisen und ne Kiste läuft äh das Kupfer nehmt auch noch mit wir werden die ganze Insel hier abgrasen und ein Stock das ist Holz äh das Kupfer holen wir dann später müssen erstmal gucken dass wir genügend Eisen zusammen kriegen und eventuell noch Leder da hinten ist noch ne Kiste ähm oh ich hab irgendwas completed ich hab jetzt nicht genau drauf geachtet was schon wieder ne Wutenex ähm 800 Gold waren das nicht 1000 egal ähm ähm Material Inventory plus 1 uuuu nice äh Material ist hier unten okay man erweitert mit dem Update sogar sein Inventarplatz nice nice ähm und wir haben wieder ein Skillpoint 3 holy ähm einmal da drauf äh da und wir gehen einmal da noch drauf hat einen bestimmten Grund ähm da oben ist Eisen oh hier Reh die geben Leder ja Leder und rote Blumen und ich seh da hinten die Kiste und Eisen aber okay hier auch Kiste nice Leder nice das was wir brauchen Kiste wir gehen erstmal hier oben an die denn ich hab nicht so viel Stamina hui okay äh rote Blumen schon wieder eine Wutenex was soll das aber gut wir rennen erst nochmal zurück wir müssen jetzt genügend Leder haben und wenn nicht dann weiß ich auch nicht kaputtikowski kann man die Kisten ja eigentlich auch kaputt machen ne schade so einmal Eisen und nochmal Eisen einmal alles verkaufen bitte äh ja nur genau so reicht das schon aus Schafswolle scheiße ich brauch mein Schwert machen wir das erstmal so so und holen wir uns noch ganz schnell Schafe und da ist eins ähm hallo Schaf au du Arsch Gott woran erinnern mich diese blauen äh äh Viecher Jo Level 9 also Tiere gibt's ja wortwörtlich in jedem Spiel aber diese blauen äh Monster Gegner Viecher was ist denn das Mono oh Gott die erinnern mich an irgendwas ich komm jetzt gerade nur nicht wirklich drauf äh auf was die mich erinnern äh Frau Mann wir bleiben bitteschön beim Mann so und dann ziehen wir uns mal ganz kurz an so und jetzt fehlt uns wieder Leder nice nice ähm Leder 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 gibt es aus einem Bär oder Reh warum rennt das nicht jetzt rennt es weg ähm 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 bleib bleib ach leck mich doch am Hintern bleib oh die geben auch Leder cool ähm ähm ja selber dran schuld wenn du mir hier reinspringst ein Vogel äh oh Apfel Apfel und Karotten zieht's okay gib mir die Wolle gib mir die Wolle gib mir die Wolle äh dann haben wir hier Eisen Eisen Eisenpicker und eine Eisenachs hätte ich gerne noch dann dann machen wir uns noch ein oh mein Gott 160 160 attack attack damage tü 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 ähm Ne, stopp. So rum. Ähm. Ja, okay. Äh, äh, äh. Craft Detector, Eclipse Detector. Äh. Hallo? Oh, Kisten. Hier. Kisten, Kisten, Kisten. Einer. Wow. Äh, da. Kann man erst mal ein bisschen Ballast hier lassen. Und zwar das da. Ähm. Okay. Das lassen wir hier. Die lassen wir da unten. Äh, hier. Defeat a Boss. Explosor Island and Feind Dungeon. Machen wir gleich. Wir machen uns aber erst noch einen Eisenbogen. Und danach noch ein paar Pfeile. Und zwar genau. Und zwar genau. Und zwar genau. Vier Stück. Das muss ein bisschen mehr sein. Also, dieser Sprung macht auf jeden Fall mehr Damage an den Sachen und baut es sofort ab. Nice. Nice. Au. Okay. Der klappt nicht immer. Mann, ich will den Stein nicht kaputt machen. Ja. 17, 23, 28, 31. Ich denke mal, das reicht für den Anfang. So, und solange die Pfeile hier durchrattern, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da, vor allem der Daumen nach oben, der ist wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bis zum nächsten Mal.